Ja, heute, heute duße ich und ihr könnt dabei sein. Ja, du darfst. Was ist das denn? Raus, raus, raus. Oh nein. Nein. Das gibt's doch nicht. Das war Wasser. Wer auch immer diese Gesetzesreise organisiert hat und mir dieses Zimmer gegeben hat, ist ja wohl komplett durch im Kopf, Alter. Ich wollte doch kein Wasser. Ich wollte Kacke. Da soll die Kacke rauskommen. Ey, ihr habt's echt nicht begrüftet, Alter. Ich kann das kaum in den Wort fassen. Wie dumm muss man sein? Nee. Wer auch immer das gemacht hat, ich werde dich finden und ich werde dafür sorgen, dass du gefeuert wirst. Also, dass irgendwann ist einfach genug. So ein Zeichn muss ich mir nicht lieben lassen. Aus. Well, ich werde es nicht憐idos. Vielen Dank.